Ja, Mr. White! Boah, Elias, Gangster. Ja, aber doch nicht so hart. Ja. Warum sind hier Wasserlöcher in deinem Haus, Elias? Ich würde mich da runter springen können, ja. Ach so. Bei der Leiter. Den kann ich gebrauchen. Elias hat noch hohes Tropenholz. Oh, echt? Ja. Sehr schön. Ich komme gleich noch mal bei Elias. Ich gehe auch noch mal vorbei. Elias, du bist in deiner Miene? Ne. Ich kann gar nicht dazu haben, wo ich geschüttel. Oh nein, Wasser. Scheiße. Kann ich wahr sein hier, ey. Da unten. Alter. Elias kommt angeschwommen. Elias kommt angeschwommen. Elias kommt angeschwommen. Oh mein Gott, wie so eine Ente. Oh, jetzt gehe ich. Ja. Was? Das habe ich genommen, Elias. Jetzt hast du eigentlich dein Schwert wiedergefunden. Nein. Ich habe das nicht geklaut, Elias. Ja, irgendwie anders hat es nicht geklaut. Irgendwie hat es. Ich glaube, John hat auf einmal ein Dias-Schwert. Das war meins. Kann doch nicht wahr sein, ey. Wie kommt denn hier kein einziger scheiß Zeppling raus? Ich hatte, ähm, ich glaube 15 Diamanten und davon habe ich mir einen Brustpanzer gemacht. Und einen Schwert. Ich habe zwei Diamanten. Was? Ich habe zwei Diamanten. Ich? Ich. Du hast zwei. Ja. Mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte zwei, dann hast du ja mal einen Diamantenschwert. Nee, jetzt reicht's. Ja. Das hast du dann wiederbekommen. Mit dem Stärke 1 war das, gell? Oder Schärfe 1. Genau. Das habe ich nicht wiederbekommen. Ich habe, das habe ich dir doch dann gegeben, oder nicht? Ja, eben nicht. Nein, das habe ich dir gegeben, dann hat es wieder Klär noch gehalten. Nein, ich habe keins. Der Irgendwer hat das halt. Ja, nur guck mal nach oben. Da ist zwei, äh, Block. Guck mal, dann kaff ich halt mit dir Schaufel. Okay. Ein Steinblock. Hast du den Steinblock gefunden? Nö. Der ist in deinem Dach drin. Also wenn du in deinem Haus bist und dann nach oben schaust, dann ist der da. Daum. Eine Ahnung, weil ich anstatt Glas. Alter, jetzt ist alles raus. Warum hast du den denn abgebaut? Ja, weil das... Da holt man sich eigentlich die Dachdecker, weil sonst könnte da Lava runterfließen. Ja. Ist Lava jetzt runtergeflossen? Ne, ich habe das zugemacht, das Lava. Weil Baum, oder? Ich bring mal in Elias Facet, äh, Seeds mit. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja. Eula, hier kannst du ja richtig durchrushen und einfach klicken, halten und einfach bram 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 bram. Oh Gott. Ja. Ja, ich hab nichts zum Essen. Kauf dir was. Ja, Alias, kauf dir ein. Das ist kein Geld. Jetzt, ich kann ihm Melonen geben. Wer macht ihn bitte in der Tür auf? Ich hab ja alle meine Melonen geklaut. Ja, genau, Alias. Ich hab keine Einzige. Okay, da ist ein Zombie drin. Labalaba. Dann töte ihn. Tote ihn. Lass mir einen Melonen geben. Nö. Das ist noch nicht zu hoch. Hab dir auch welche gegeben. Ja, Alias. Du wusstest, ich hab... Nee, du hast mir keine genehmigt. Ich hab sie mir geklaut. Du hast mir keine genehmigt. Ich hab sie mir geklaut. Boah, da bin ich. Trotzdem hast du sie schon... Was machst denn du da, Leon? Auf dem Stein da? Eine einzige Kirche, Leon. Einzige. Oh, der hat ein Eisenschwert! Weg, Bitch! Leute, sind da viele! Was labisch denn, du? Die nehmen echt viel Zeug aus der Kiste und so. Leute, ich hab die überhaupt her. Ja. Weiß ich doch nicht. Was machst denn du da? Ja, da waren viele Zombies. Ich werd ne Karotte gekauft. Mhm. Die nehm ich mir jetzt mit. F221. Was denn? Nichts. Hab ne Karotte. Boah. Genkstach. Kann man sich so Karotte ane machen? Nein, pflanzt sie lieber an. Die haben eine mit drin. Nimm dir halt eine. Wo ist denn die? Keine Ahnung, wo wurden meine Kisten? Ja, aber für was brauchst du die denn? Die werden keine Heil-Potion gemacht. Kriegst du nicht. Jetzt, wo bist denn du? Kannst die's haben. So. Aber Michael, die wachsen so langsam. Dann tu, äh, Knochenmehl drauf. Bock Elias, hier kriegst du passivs. Bock Elias, hier kriegst du passivs. Bock Elias. Doi, danke. Jetzt hinter... Oh Mann ey. Was denn? Was lachst du denn du so blöd? Was schlägst du mich denn? Oh, Alter Elias, du bist so... Schau, wie auch? Tja, du weißt schon welches Level ich war, oder? Ja, 5. Oh, da ist es... Was? Nein, jetzt war ich nicht im Dschungel. Weil der Kiran das Bett abgebaut hat. Oh mein Gott. Ich hab ne Diamantenschaufel. Echt? Wo hast du die her? Ich hab jetzt hier mit X hergecheatet. Ich hab ganz viel Erde. Ich hab ganz viel Erde. Komm, Jerno, wir bauen uns jetzt ne Burg. Kriegst uns Deck Erde und wir bauen jetzt ne Burg. Wer hat jetzt mein geiles Zeugs? Es liegt hier rum. Jetzt hast du die eingesammelt. Ja, aber ich hab die hingelegt. Ja, der Lian hat auch ganz viel. Es wird ne Burg. Elias, wie kommst du jetzt so schnell her? Ja. Wie soll die werden? Wo? Ich bin schon neuer. Nee. Eigentlich ja nicht. Ja, genau. Genauso hoch wie die andere. Okay. Und dann... Elias wird gleich dunkel, ne? Komm nicht zu spät nach Hause, Elias. Sagen wir hier noch einen Turm? Und dann müssen wir das alles noch hier frei machen. Ja, ich hab's zurückgefunden. Das ging aber schnell. So, oder? Nee, hier. Yes! Ja, sie seht ich! Ja, was? Hier muss der Turm sein. Ja. Du bist doch unnötig. Du hast mich fünfmal umgebracht. Und jetzt bringst du dich auch ein paar Mal um. Nee. Du hast mich schon fünfmal umgebracht. Und dann muss ich das nicht einmal... Nee, das war aus Versehen, Mann! Ja, das war schon fünfmal aus Versehen. So. Dann soll ich dich auch mal aus Versehen töten? Nee, du hast mich mindestens schon... Machen wir alles unter dir mal. Nee, wenn jemand einen viermal mit einem Diamanten-Sperl schlägt, dann ist das sehr aus Versehen, ne? Ja, das mache ich auch immer. So. Dann wird's echt scheiße. Das wollte ich dir mal sagen. Na. Wo liegt mein anderes Zeugs? So, da liegt's doch noch! Okay, noch einen höher. Da. Da liegt's. Da, da, da. Hast du's? Das hat Block gemacht. Ich hab's gehört, also... Da fehlt nur ein bisschen was. Ja, was fehlt da? Eine Diaschhaufel. Das hat der Leon. Ja, warte kurz. Ja, hier. Liegt da. Ne Spitzhacke. Was für ne Spitzhacke? Ne Eisen und ne Stein. Boah, Lias, ist das peinlich. Da liegt doch das, Elias! Und Erde. Ja, das ist ja voll unmodern noch. Ich hab keine Erde mehr. Ich muss sie wiederholen. Hallo! Alter, Elias! Alter, das ist meine Erde! Hallo! Alter, Elias! Los! Unsere Burg! Die hat unsere Burg einfach beschädigt. Ja, das ist meine Erde. So, jetzt hab ich wieder einen Stack. Alter, Elias! Alter! 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 Jetzt bist schon assi, ne? Ich glaub, ich brauch ein bisschen Cleanstone in deinem Haus. Alter, Elias! Und ein paar 40 Fackeln. 40 Fackeln? Hab ich nicht. Ich hab nur 26. Was machst du denn, Luciano? Ja, er wollte mich anzünden! Was laverst du, Luciano? Ich hab nicht mehr mein Feuerzeug. Was laverst du für ne Scheiße, Luciano? Ja, er hat unsere Burg kaputt gemacht.